Ich heiße Amy Pond. Mit sieben hatte ich einen imaginären Freund. Und gestern, am Tag vor meiner Hochzeit, kehrte dieser Freund zurück. Wer sind Sie? Ich bin der Doktor. Ich bin ein Zeitreisender. Alles, was je in Raum und Zeit geschehen ist oder jemals geschehen wird, wo wollen Sie anfangen? Wohin Sie auch wollen, jede Zeit, die Sie wollen. Es gibt nur eine Bedingung. Es muss außergewöhnlich sein. Jetzt beginnt es. Geronimo! Geronimo! Vertrau mir. Ich bin der Doktor. Ich bin der Doktor. Fallen lassen! Sofort! Ja, hey, cool man. Kein Problem, alles easy. Wer bist du? Star-Lord. Wer? Star-Lord, mein legendärer Outlaw. Vergiss es. D5 haben wir auf Sender geschnappt. Nettes Vorstrafenregister. Drax, alias der Destroyer. Seit seine Frau und Familie umgebracht wurden, verwüstet er die ganze Galaxis auf der Suche nach Vergeltung. Gamora, Soldatin, Killerin, gesucht wegen unzähliger Morde. Rocket, gesucht wegen Raumschiffdiebstahls und Gefängnisausbruchs in über 50 Fällen. Was zum Teufel? Groot, seit kurzem unterwegs als Rockets persönliche Zimmerpflanze mit Fäusten. Peter Jason Quill. Wird auch Star-Lord genannt. Von wem denn? Von sich selbst. Gesucht vor allem wegen einfacher Körperverletzung, Trinken in der Öffentlichkeit und Betrugs... Oh, tut mir leid. Ich... Ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. Hey, hey, hey! Das sind meine! Du verdammt! Hey! Nimm die Kopfhörer runter! Na, los! Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy. Was für'n Haufen Arschlöcher! Sprechst du noch mit deinen Freunden? Es ist kompliziert. Als wir uns das erste Mal trafen, waren wir ganz andere Menschen. Großvater Eddie? Anthony? Das sind Martha und Bethany. Das ist Spencers Großvater. Freut mich. Morgen! Sorry, wir wollten nicht stören. Ihr stört nicht. Er stört. Milo Walker. Habt ihr Spencer gesehen? Er ist im Spiel. Wir müssen ihn holen. Bist du verrückt geworden? Au! Wir haben unsere Figuren noch nicht mehr ausgewählt. Oh, ich fasse diesen toll. Na gut. Hörst du das? Hä? Hi Spencer. Hä? Was? Wer bist du? Oh mein Gott. Du bist Spencers Großvater. Sind wir in Florida? Und du? Milo Walker. Bin ich gestorben? Und in einen kleinen, muskulösen Pfadfinder verwandelt worden? Sind wir tot? Bethany? Nein, nein, nein! Fridge? Ich bin der alte Fettsack. Das darf doch nicht wahr sein! Meine Hüfte fühlt sich super an. Meine Oberschenkel. Deine Oberschenkel. Meine Oberschenkel. Okay, wir haben einige Probleme. Das Spiel ist kaputt. Das ist also ein Spiel. Ich bin nicht dran. Ich will nicht dran sein. Willkommen in Jumanji. Dieses Abenteuer wird eine noch größere Herausforderung nicht vergessen. Die Zukunft von Jumanji liegt in euren Händen. Ich habe eine wichtige Frage. Wer ist Jumanji? Ist das Barbaras Junge? Wir werden sterben. Wir sind gestorben. Sind wir in der Hölle? Ich wusste es. Oh mein Gott. Das ist das nächste Level. Du musst deine Augen überall... Was in drei Teufels Namen? Was ist das denn? Deine Stärken, deine Schwächen. Beeindruckende Intensität? Ist das blöde Gesicht, das du machst? Hä? Was ist los? Hast du einen Herzinfarkt? Atme! Atme! Seine ganze linke Seite ist gelehnt. Eddie! So sehen wir uns wieder. Du bist sicher hungrig. Tim ist ein gesunder Erwachsener und stellt weder für sich noch für jemand anderen eine Gefahr. Meiner Meinung nach sollte er entlassen werden. Hey kleiner Bruder. Ich habe ihn gefunden. Was meinst du? Uns bleiben zwei Tage. Zwei Tage wofür? Um unser Versprechen zu halten. Und es zu töten. Mein Name ist Kaylee Ann Russell. Der Zweck des heutigen Experiments ist es zu beweisen, dass das Objekt hinter mir, der Lesser-Spiegel, für mindestens 45 Tote in den vier Jahrhunderten seiner Geschichte verantwortlich ist. Wir haben ein neues Zuhause, also brauchen wir auch neue Möbel. Ein bisschen extravagant ist er schon, findest du nicht? Hey Dad, wer war diese Frau in deinem Büro heute? Welche Frau? Wir waren Kinder. Wir haben uns eine Gruselgeschichte ausgedacht, um zu verleugnen, dass unser Vater ein Mörder war. Mom? Warum bringen wir es nicht zu Ende und zerstören den Spiegel? Ich will beweisen, dass die Leute, die ich gerade aufgezählt habe, Opfer der übernatürlichen Macht waren, die diesem Spiegel inne wohnt. Du willst unseren Namen reinwaschen? Du hast mir versprochen, nie zu vergessen, was wirklich passiert ist. Ich war zehn Jahre alt. Daddy? Tim? Tim? Krieg dich wieder ein! Das ist nicht real. Oh mein Gott! Lauf! Ich bin meinen Dämonen begegnet und es sind viele. Ich habe den Teufel gesehen. Und ich bin der. Es gab diese Idee. Eine Gruppe außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, die Schlachten schlagen können. Die zu groß für sie sind. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein. Und trotzdem zu scheitern. Fürchtet es. Flieht davor. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Evakuiert die Stadt. Aktiviert die Verteidigungsposten. Und gebt diesem Mann einen Schild. Das Universum ins Gleichgewicht zu bringen, klingt eigentlich nicht nach Spaß. Aber das hier, zaubert mir doch ein Lächeln aufs Gesicht. Wer zur Hölle seid ihr denn? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020